hey ho leute 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 herzlich willkommen zurück zu lego city undercover würde ich gerade sagen oh scheiße nein nächsten drake unshartet ich wünsche euch mal viel spaß wir gucken mal was wir hier so haben nicht dass hier auch noch irgendwo schad ist egal ich finde ich schätze wie ich schätze finde und wenn ich keine finde finde ich keine okay das muss man da ist es halt so ne ihr wisst bescheid gehen wir hier hoch einfach nur weil wir es können hier sind wir runtergerutscht hier geht's hoch warte hier geht's ja hoch sieh mal da oben ich hab mir den wagen von shoreline geborgt du bist von da oben runtergerutscht das war der schnellste weg jetzt müssen wir noch herausfinden wie wir hochkommen ja hier guck nicht auf den hintern also ihr seid ja welche ehrlich ihr guckt einfach auf den hintern meiner meiner frau also wie könnt ihr das tun wie könnt ihr es wagen also erlo bleibt da oben ich komm doch wieder oh mann sollten wir nach dem schatz gucken naja naja gut dann gehen wir mal hoch bleibt unten los bleibt unten und bist du schon lange hier auf der insel ein paar stunden hast du die kolonie gesehen ja klar aus der luft nicht unglaublich oder ich hab mir nicht alles klar klar und hat dir sali alles erzählt über diesen ort ja das umreißt ist ganz gut mir war etwas langweilig menschen spiel speichern ich muss jetzt gerade mal hier rüber geht da entlang warum auch immer ich muss mal gerade hier entlang gehen ja 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 Also ich habe bis jetzt keinen Schatz gesehen, dass ihr blinkt. Es tut mir leid. Ich habe nichts gesehen. Vielleicht hier oben, auf dem Teil da. Weil ich da oben schon drauf nenne. Hier blinkt nichts. Nee, hier blinkt nichts. Nee, da. Da oben ist eine Öffnung. Da ist dein Auto. Wir müssen nur da hoch. Tja, was meinst du? Wo lang? Da sehen wir uns um. Also, ich habe also hier nichts gesehen mehr. Ich habe nichts gesehen an irgendwelchen Schätzen. Oder kann man den Baum hochgehen hier? Warte mal, den Baum hoch. Kann man nicht. Also ich habe nichts gesehen mehr. Ich glaube, der ist auch nirgendwo hoch. Ja gut. Dann. 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 Da unten waren wir, gut. Wir gucken uns jetzt immer ein bisschen mehr um, weil, ne, ihr wisst ja Bescheid, ich muss mal gerade gucken, wie ist das doch gerade, ne. Na ja, wieder mal, na gut, na bitte, da krieg ich dich hoch, super. Na ja, hier, hier muss ich runter, hier, genau hier muss ich hoch. Da drüben ist ein Durchgang. Schau mal, ob du was brauchbares findest. Ja. Hey, ich habe hier was, warte. Vorsicht, da unten. Danke. Das ist eine Farbe. Quatsch! Ja, das ist Quatsch was ich hier mache. Dann ist es richtig. Ich will auf hier hoch. Dann hier hoch. Und... ...und... 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 Hm. Das geht ja nicht. Mein Gott, komm. Also, jetzt. Hey, komm, ey. Springen und... Jawohl. Jawohl, so wollte ich das haben. Genau so, genau so. Nicht schlecht, was? Ja, richtig. Richtig. Mir freut ich auch gern. Los, wir sehen uns drüben. Oh, nein, ey. Alles klar. Halbwegs. Alles unter Kontrolle. Versuch, hier hochzukommen. Ja. Ja, verstanden. Ja. Hier drüben. Hier drüben. Nate, kommst du da irgendwie raus? Scheint an der Sackgasse zu sein. Hm. Vielleicht läuft der Aufzug noch. Das glaube ich kaum. Das ist 300 Jahre alt. Die Wetterkorrosion. Meine, wer weiß, ob der jemand aufbaut. Funktioniert. Nach oben? Nach oben? Weißt du, wir sehen uns einfach oben. Weißt du, was scheiße ist? Da war etwas geblinkt. Da hat etwas geblinkt. Verdammt nochmal. Oh, Mann. Ah. Äh. Okay Nein Nein Ach so, warte mal, ich könnte auch so Stopp So Und dann kannst du hier hoch Hier hoch, hier hoch Und dann würdest du nach da springen Hier So, und jetzt nach da, nach da, nach da, nach da Und jetzt bist du natürlich hier Und Genau Hier entlang Hier, nee, warte mal Äh, hier, so So Und dann So Und so Und so Nein Äh Nach da So Geht mal nach da ein bisschen Ich hab dir jetzt nicht geschossen, du Sau Ich hab dir ins Gesicht geschossen Entschuldigung Äh, sehr elegant Schatz Nichts dabei Boah Okay Wo geht es zum Auto Von weiter oben können wir es leichter finden Ja Gute Idee Ja Da ist was geblinkt Und da wollte ich hoch Warte jetzt da unten Da hat was geblinkt Wo war das denn Muss ich denn da wieder nochmal neu hoch, oder was? Ah Ich hab, ich hab, ich hab ne Idee Ich hab ne Idee Äh Oh, guck mal hier Okay Pass auf, ich geh mal hier hoch Das sehen sollen, was er in Schottland gebaut hat Ich meine, da war ein Moment Du warst auch in Schottland? Ja, ich Ich meine, der letzte Ort, an dem Avery Entspann dich Sully hat's mir erzählt Gut Wenigstens also Wenigstens hab ich nicht gelogen Ah, guck mal hier Hier geht's hoch Hier geht's hoch Ja, guck mal Da geht's hoch Wenigstens bewegen wir uns etwas, oder? Ja Ich wollte grad sagen, dass er Ja Ja Juhu Die haben dein Auto Genau Dann holen wir es uns wieder Hier rutscht man runter Wir können mal gucken Wir schießen uns mal frei Die speichern Die schießen uns mal frei Ich glaube, das wird Das ging in die Hose Ah, das ging in die Hose Glaube ich, was ich gemacht hab Okay Wir müssen es anders machen Alles klar Wir müssen es anders machen Hier Mal gucken, wie es hier aussieht Mal gucken, wie es hier aussieht Wir sind echt nicht gold Wir sind echt nicht gold Wir sind nicht noch nicht Gerade Ah ja, jetzt kommt er. Wer ist das denn? Na komm. Also hier waffe ich eh die oben wahrscheinlich. Ja, jetzt kommt er. Ach guck mal, da ist auch noch einer auf der anderen, ach da sind noch, DASWEGEN, ach die Scheiße. Scheiße, ich wollte die, hätte die besser ausgelöscht noch. Ich wusste es ja gar nicht, dass der doch einer da ist. Drei Leute. Scheiße. Nützt alles nix. Klar, nicht, 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 ach, wo willst du hin? Aber, der ist ja gar nicht mal so schlecht. Oh gut, oh, da warte ich, da muss ich. Ziehen Sie 20 Gegner unten, nach unten, während Sie an der Karte, also an der Kante sitzen. Helena, bereit? Hm, Sie sind genau hier! Sie sind auf sie! Hä? Wo muss ich denn hin? Ich bin falsch gefahren, warte mal rein. Ich bin falsch gefahren. Wo soll ich denn hin? Hä? Wo muss ich denn hin? Soll ich hier hochfahren? Wo muss ich denn hin? Hm. Hm. Was ist das? Pfff. 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 Pff! Pfff. mein gott er ist hinter dem teil ich sehe nichts ja genau genau auf mit dir die sau so endlich ich wollte ich wollte jetzt mal auslöschen wo müssen wir denn hin kommen wir nicht hoch weil so ein blödes teil ist ja guck mal ich wollte mal killen siehst du ein weg raus fluss abwärts bei den fällen ist eine öffnung okay ah alles klar momentchen speichern da ab und ich würde sagen danke für zugucken das war es wieder für heute teilen liken abonnieren kommentieren bis dann euer zeit bei baby rock'n'roll bis dann tschau auf